Oh, verdammt. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Wir müssen ihn da wegbekommen. Ernsthaft jetzt? Was soll man denn sonst machen? Ich kann ihn doch nicht einfach töten. Ja, du solltest es zumindest mal versuchen, meine Güte. Was soll denn das? Warum sollte ich das denn nicht machen? Ach so! Ich bin dumm. Ich kann ja da durchlaufen, die Zeit dann zurückspulen. Dann kann ich ihm auch helfen. Bin nicht mehr dran, bitte. Was war denn das? Plötzlich war alles dunkel. So. Shipp. Zack. Jetzt können wir es aber probieren. Und jetzt können wir sie auch benutzen, okay. Sehr gut. Und jetzt können wir sie auch benutzen, okay. Sehr gut. Los geht's. Okay, fast da. Fast da. Ist das nicht eine Tankstelle? Oh Gott. Oh Gott. An die Brennen könnte sie jederzeit vorbei sein. Dieser Strom. Wie kann denn sowas nicht vorhergesen werden von den Mythrologen? Kann doch nicht sein. Oh. Ja, okay. So viel Zeit haben wir anscheinend nicht. Ja, ja, ja. Ich beeile mich ja schon. Was soll das jetzt hier? Ah, okay. Ah, es ist Löschsand. Dadurch kommt es da vielleicht nicht durch. Ja. Ah. Oh, so praktisch, dass es hier Löschsand gibt. Jetzt passiert da wenigstens nichts mehr. Mit dem Wal. Das wahrscheinlich nicht. Das Ende der Welt wird es nicht sein. Die Frage ist, sind wir daran schuld? Oder nicht? Denn wenn, dann können wir es eh nicht ändern, oder? Oh, oh. Ja. Ich probiere es mal durch die Hintertür. Oh Gott. Mhm. Ist besser als nichts. Obwohl ich glaube, ein Tornado ist jetzt nicht so, dass es dauerhaft ist. Es ist mehr so ein paar Tage. Wie, wie sollen wir das denn nur lösen? Ich meine, das ist nur wirklich nicht einfach. Okay. Wir kommen von hinten rein. Sieht zwar nicht gut aus, aber die Leute leben immerhin noch. Oh, Jesus. Ich bin so glücklich, dich zu sehen, Frau. Sind Sie okay? Ja. Und was für euch? Die zwei Wälder sind jetzt gar nicht gestanden. Ich weiß nicht, ob es durch diesen Tornado wird. Oh, der verletzt Officer Barry und all diese Leute da draußen. Ich weiß. Okay. Geh deinen Scheiß rein. Ich muss zurück zu diesem Mann auf dem Boden. Lauren hat alle die ersten Hilfe... Es ist nicht viel, Joyce. Aber es ist alles, wir haben. Hm. Es muss erst mal reichen. Tch. Das kannst du nicht. Das konnte nur ich. Ich weiß nicht mal wie. Es ist gut, Frank auf unserem Team zu haben. Tch. Okay, Max. Entschuldigung, während ich diesen anderen Mann zu helfen gehe. Frank. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Ja. Es machte ihr zwei von uns. Wenn ich nur wieder hatte. Jetzt Max, was ist die Informationen, die ich dir dir da gab ? Hast du und Chloe herausgelegt, was zu ihr denkst? Oh Gott. Sollen wir das ihm echt sagen? Jetzt, in dem Moment, kann ich ihm das nicht auch noch aufbürden. Danke, dass du es versuchen hast, Max. Also, ich glaube, wir warten, für den Herrn, um uns aufzunehmen. Oder nicht. Joyce hat alle zurück. Auch Franks. Komm mal, Max. Lass uns hier reden und... ...dass Franks ein Rest im Raum. Sie will bestimmt wissen, was mit Chloe ist. Und auch das kann ich ihr nicht sagen. Wie geht's dir? Nur, wenn ich denke, dass ich bereits durch die Räume bin. Wo ist Chloe? Ich werde sie finden. Ich kann nicht sagen, dass sie sicher ist. Ich... Ich will sie finden. Nicht in diesem Sturm, du wirst nicht. Und du gehst nicht raus, Max. Ich muss nur sagen, dass Chloe... ...und David... ...dass jemandem zu retten. David ist sicher. Oh Gott. Oh Gott. Ich meine... Ich bin auch so sorry über alles mit... ...David. David. Du hast keine Kontrolle über das. Äh... David ist ein Junge. Und er hat viel mehr Zeit und Erfahrung unter seinem Bild. Und wenn er es nicht immer zeigen kann... Wirklich? Perfekt Storm? Willst du mich verarschen? Es tut mir leid. Ich bin sehr entspannt. Ich bin sehr entspannt. Ich habe so viele Probleme mit David und Chloe. Ich habe so richtig gemacht. David hat seine Grenzen überrascht. Ich hatte eine Begegnung, dass er seine private Begründung sehr ernst hat. Aber er ist entspannt. Und ich wünsche, dass er hier gerade jetzt wäre. Ich möchte unsere Leben wieder normal sein. Was wäre schön. Was wäre schön. Ja... Es war vielleicht ein bisschen zu hart. Aber es kann ja wieder rückgängig gemacht werden. Ich kann es nicht sehen. Ich habe eine Familie geholfen in der Klasse. Du kennst, nachdem er... er hat Chloe. Ich bin sicher, dass das ein schwer ist für ihn zu machen. Es zeigt, wie er wirklich leidt über dich und Chloe. Nichts würde mich glücklich machen, als für David und Chloe zu machen. Nichts für Krieg. Aber ich weiß nicht mehr was zu machen. Ich habe nur... Ich habe nur... Ich habe nur, dass diese Wärme überrascht. Vielleicht ist es Zeit, dass wir die Arcadia Bay verlassen. Hm. Wenn wir können. David ist ein realer Hero, Joyce. Ich weiß, dass alles, was er tun möchte, ist, dich glücklich zu machen. Ich weiß, dass er alles für dich tun würde. Und Chloe. Ich weiß. Und ja, er ist nicht William. Aber das ist okay. Er sollte nicht sein. Du erinnerst mich, als er in meinem Leben kam. Ich war bereit, mich zu geben. Davids Liebe gab mir Kraft. Er hat sogar gesagt, dass ich sein Heroin war. Und ich kann nicht lieben, ihn lieben. Ich will, ihn zurück nach Hause kommen. Oh, ich hoffe, dass ich ihm das bald erzähle. Ja. Hoffentlich klappt das alles. Aber wir müssen trotzdem in der Zeit zurückkehren. Sonst ist Chloe tot. Nathan auch. Ja, für uns vielleicht, wenn ich es nicht aufhalten kann. Die Wellen zum Beispiel auch. Oh Gott. Irgendwie näher kommen. Pompidou. Wir können hier einfach sitzen. Okay, anscheinend können wir hier auch nochmal nachdenken. Über die ganzen Aktionen. Über alles, was passiert ist. Wir haben eigentlich keine Zeit dafür. Aber... Naja. Wir irgendwie schon. Und da sind Sie ein Moment. ... ruhig ein Moment, um nichts zu tun. Das ist die, wenn ich mich … hat, ich bin Unde ich, ich kann ... einen Zeitpunkt aufsch๋un. Also, was ist das Ziel von der Kraft? Was ist das – –so, die Läste zuPS? Wenn ich mich schütze... Nein, weil... Ich habe dieses Geschenk... Aber... Ich konnte Mark Jefferson stoppen... Und jetzt... Ich kann Chloe von sterben... Für das letzte Mal... Hm... Ich weiß auch nicht so recht... Warum haben gerade wir diese Kraft bekommen? Und... Haben wir sie wirklich richtig eingesetzt? Ich habe keine Ahnung... Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr... Wir müssen Chloe versuchen zu retten... Ich werde alles dafür tun... Naja... Fast alles, ne... Für die erste Hilfe vielleicht, ja... Das heißt nichts... Okay... Los geht's, Warren... Ich brauche das Foto... Aber... Ich bin so glücklich zu sehen... Das ist okay... Das wichtigste ist, dass du sicher bist... Und... Ich weiß, dass du dich selbst beherrschst... nach Nathan... Ich sollte das schon lange gemacht haben... Aber... Max... Ich kann nicht glauben, dass du hier in der Mitte... E6 Tornado... Nur für eine Fotografie... Ich meine... Ich weiß, dass du nicht kam für mich... Warren... Ich kam für alle von dir... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Jetzt schau dir und hör... Oh ja... Du kannst mir endlich sagen, was du niemals gemacht hast... Mhm... Ich möchte, dass ich es hätte... Ich werde dir nur sagen... Ich werde dir einfach ohne eine Ausführung... Ich glaube, dass du mir immer... Ich immer mache... Du musst mir wahrscheinlich schnell sagen... Ich hatte eine Vision in Jefferson's Klasse... Ich habe einen Tornado... zuerst die Arcadia Bay... Ich ging ins Bett... und sah, dass mein bester Freund Chloe... von Nathan Prescott getroffen wurde... Hast du mich so weit... Woher könnte ich noch sein? Gehen wir mal! Dann habe ich herausgefunden, dass ich Zeit... Und... Langsache kurz... Mark Jefferson ist verrückt und gefährlich... Hohohoho... Ist das alles? Es kann gut möglich sein, dass ich diesen Sturm gestartet habe... Ich denke, dass der Sturm begann... Und alles begann... Als ich herausgefunden habe, dass ich Zeit zurückkehren konnte... Es gibt keinen Weg... Es ist nur eine Coincidence, oder? Ich nehme mich auch an... Ich nehme mich auch an... Nicht nur der Sturm... Aber auch die Eclipse... Die Zähne... Die Zähne... Die Whale... Alles... Alles... Weil... Weil... Weil ich mich? Wie? Ich bin nicht ein realer Wissenschaftler... Auch wenn ich einen in der Schule spiele... Aber... Das sieht wie pure Cause und Effekt... Vielleicht ein Chaos Theorie... Oh Gott... Was passiert mit Jefferson? Ich bin... Ich bin...